So, wir sind jetzt hier ein bisschen in Kiel am Wasser unterwegs an die Förde, hier. Ash und Max sind schon losgegangen, ich musste das Auto nochmal erstmal parken. Und Mama ist auch schon mit weg. Da kommt der Anja. Ja? Und wo ist Max? Meine Jacke ist hart. Wo ist Max? Oh Gott, pass auf! Achso, ist ja da irgendwo im Park, ne? Ja. Okay, da friert Mama. Ist nicht sehr warm heute. Ist auch schon spät. Das ist glaube ich jetzt. Viertel nach sechs. Mal gucken, ob wir irgendwo Max sind. Da hinten läuft er. Da. Kann man das sehen? Zwischen den Bäumen da hinten, ne? Ja. Also Max ist da irgendwo mit den Pokémon am Aufnehmen, ne? Ja. Pokémon Go. Ja. Und wir gehen jetzt mal zu den Seehundbänken hier in Kiel. Seehunde, die sind dann auch Juhrup und Juhgong. Okay. Also Juhrup ist die Vorentwicklung von Juhgong und Juhgong ist die Nachentwicklung. Na und wir gucken jetzt mal die Seehunde an. Die sind irgendwo da vorne. Ist das windig hier? Ja. Juhruuuup! Ja. Boah. So, hier haben wir einen Parkgang gesehen. Die sind gerade weit gegangen. Oder wollen gerade rudern gehen? Ja. Wir haben ja ein riesen Ruderboot, ne? Ja. Riesig. Wollen die jetzt loslegen? Weiß nicht. Wir wollen uns ja auch die Seehunde angucken, oder? Ja. Ich glaube, das sind noch da. Ja. Kleines Stück noch. Da vorne sind die. So, hier sind wir jetzt bei den Seehunden. Hier ist auch Geolau. Wir haben so eine Forschungsstation, hier ist auch so ein Forschungsschiff. Und, echt, es dauert noch. Und, sind hier die Seehunde? Ich habe keinen gesehen. Kein? Anderen haben wir gesehen. Echt? Die schwimmen noch hier mehr rum. Wollen wir mal gucken, ob wir welche zu sehen kriegen hier. Doch, hier ist auch schon. Wo denn? Hier vorne. Siehst du den? Da, da. Da ist er. Vielleicht kannst du hier nicht. Oben rüber. Oh, wir schwimmen wieder nach Hause. Wahrscheinlich ja da auch mal. Hier sind wir jetzt. Hier ist auch noch Wasser. Also, der eine ist gerade wieder reingesprungen. Und, na. Hier kann ich den Baum auch noch stehen, weil jetzt hier auch hier unter Wasser ist. Aber, da muss man schon Glück haben, wenn einer direkt an der Scheibe fährt. Und, da muss ich vorbeischwimmen. Hier sind auch noch Fische. Hier kann man schön reingucken, ne? Ja. Guck mal, da ist hier alles grün. Großgrün. Gibt noch eins. Aber man sieht nichts. Das ist einer. Nein, das ist nicht. Das ist doch das gleiche Becken, nur ein anderes Fenster hier, ne? In dem man sieht nichts. Keine Seehunde da. Dann gehe ich wieder nach oben. Hier ist noch was. Was ist denn noch hier? Noch ein größeres. Ja, das ist doch das gleiche Becken. Wo ist denn? Oh! Das geht hier da hinten rum. Und dann ist das auch mit dem anderen Weg. Wenn das Wetter gut ist, dann liegen die da oben drauf. Und sonnen sich. Ich gehe wieder. Okay. In die Oberfläche! Ja! Da kommt dann die Oberfläche. Da! Bruder! Ja! Keiner zu sehen. Ich habe hier den ganzen Schnauschen von dem gesehen. Echt? Guck dir das mal an, wie der taucht hier, ne? Und da ist noch der zweite da hinten. Oh mein Gott! Ui, wo sind die denn jetzt im Dunkeln versprochen? Kannst du den noch sehen? Ich glaube, da kann man unten rein tauchen irgendwie, ne? Ist so eine Art Höhle hier. Da ist er wieder! Der stimmt auf dem Rücken! Wo? Der ist eben gerade hier vorbei geschwommen. Ich gehe an die Oberfläche. Und? Ich gehe an die Oberfläche. Ich gehe an die Oberfläche. Ja. Da ist einer! Er guckt raus! Nicht schreien, Moinchen! Guck da! Oh, da gucken die, genau. Jetzt ist er weg und da ist noch einer. Oh, süß! Ja. Hast du schon mal Seehunde gesehen? Nö. Ja, das sind die Seehundbänke hier. Ja. Seehund Harbor Kiel. Pokavitolina. Cool. Fütterungszeiten. Guck mal, täglich 14, äh, 10 und 14.30 Uhr. Ja. So, wollen wir langsam mal zurückgucken, wo Max ist? Ja, genau. Den dürfen wir nicht vergessen, ne? Nee, nicht ist er gleich. So, das waren jetzt die Seehundbänke hier von Kiel. Wollen wir jetzt einmal nach Hause? Ne. Erstmal Max einsammeln. Und dann geht's nach Hause, ne? Pokémon! Pokémon? Du willst auch noch Pokémon spielen? Ja. Ja. Wir brauchen Internet. Ja. Na, gucken wir gleich mal. Wir sagen schon mal Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. ersten Mal. 2018 Und jetzt kommen noch einmal. Wir fahren da. Tod werden die Menschen nach minerals. Abonniertffen, weil Em sano careers können. Also conocen wirinya. Aber wenn es viele Menschenié suddessen,